Wenn es darum geht, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen, spielt im Moment die Bundesregierung gegen sich selbst. Hier gibt es keinen Gewinner, nur Verlierer. Keiner hat Interesse daran, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bekommen, trotz Koalitionsvertrag. Ein Tor wäre hier dringend nötig. Was hier passiert ist, ist kein Fairplay den Kindern gegenüber.